Seien alle Leute, die nicht mitkommen und nicht zu dem Zeiger sind. Nach dem Wasser vorne kommt. Was ist los? Schau sie dir an. Verloren in einer kaputten Welt. Ohne Ziel, ohne Richtung. Sie tun nichts, denken nichts. Sie sind die Antwort auf die Frage, wie es so weit kommen konnte. Sie werden sich uns anschließen. Einer nach dem anderen. Wenn du mich nicht kennengelernt hättest, wärst du dann auch dem Widerstand beigetrieben? Tut mir leid. Immer nachdem ich mich mit meinem Bruder geprügelt hab, hat mein Vater gesagt, Gewalt ist keine Lösung, Isar. Und dann hat er sich erschossen. Der Job, die Mauer, die Partei, hat es einfach nicht mehr ausgehalten. Die Wende hat ihn zu einem Fremden gemacht. Sie haben mir meinen Vater genommen. Und ich werde ihn ihr Volk nehmen. Die Polizei in Berlin hat erneut.